Wenn du Aufklärung im Feld durchführst, musst du improvisieren können. Ein Tötungskommando wurde auf deine Quelle angesetzt und hat das Gebäude umstellt. Da Munition und Verteidigung begrenzt sind, musst du mit deinen Mitteln gut haushalten, um die Zielperson zu schützen. Capcan ist unser bester Operator für solche Situationen. Sein Markenzeichen, die Zugangssperren, helfen dir, Feinde zu neutralisieren, wenn sie durchbrechen wollen. Bereich verstärken, der Feind formiert sich neu. Feindlicher Angriff, Kampfbereit machen. Drei Fahrte sind übrig. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Feindlicher Angriff, die Geisel absichern. Reisek ま parce querv psychologist K Jerka. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Ein Geek, nur in Blütsch. die bedrohung wurde eliminiert Der Feind formiert sich neu, die Geisel sichern Die Geisel absichern, Feinde nähern sich Die Geisel absichern, Feinde nähern sich ... ... ... ... ... Das war's. Wir sind durch. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert. Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert. Wie viele sind empfiehlt? Was ist die Begrüne unten? Das ist die Begrüne. Begrüne homem und überwunden. Da sind aber nicht am Schöne. Vielen Dank.